Die Gantjeniker-Methode ist ein Training zur Verbesserung ihrer Körperform und Haltung. Das anatomisch fundierte Trainingskonzept ist zeitgemäß. Auch Menschen mit wenig Zeit können ihr Ziel erreichen. Alle Übungen haben therapeutische Qualität und werden den körperlichen Fähigkeiten jedes Einzelnen individuell angepasst. Ausgefeilte, exakt aufeinander abgestimmte Übungen trainieren die tiefliegenden Muskelgruppen effizient und schonend. Nur diplomierte Gantjeniker-Instruktorinnen coachen sie bei uns. Während den 60-minütigen Lektionen werden sie von den Instruktorinnen begleitet und überwacht. Persönliche Betreuung in kleinen Klassen ist unser oberstes Gebot und unterscheidet uns von anderen Studios. Für die Schnellen und Ungeduldigen bietet unser Studio auch 15-minütige Ganzkörpertrainings auf der diagonal schwingenden Vibrationsplattform an. Good Aging-Effekte, Figurdesign und die Steigerung der Leistungsfähigkeit sind garantiert. Im separaten Fußpflegebereich bieten wir Wohlfühl- und Pflegeprogramme an und im Shop verkaufen wir die dazugehörigen Pflegeprodukte. Das Gantjeniker Faceforming ist ein dreistündiger Spezialkurs für das Gesicht. In unserem Studio finden Sie das individuell auf Sie abgestimmte Trainingsprogramm. Lernen Sie uns und die Gantjeniker-Methode kennen. Wir laden Sie herzlich zu einer Gratis-Probelektion ein.